Ganz herzlichen Dank, nette Begrüßung und ganz herzlichen Dank auch an Sie, Herr Lehmann und an die baden-württembergische Landesvertretung für diese großartige Organisation. Auch herzlichen Dank an Frau Metzl für diese wirklich gute Arbeit, die da in der Vorbereitung geleistet worden ist. Es ist in der Tat hier ein ganz besonderes Format, in dem wir uns hier treffen. Das hat Positives und Negatives. Das Negative ist, wir treffen uns leider nicht persönlich und können uns auch nicht am Rande dieser sehr spannenden Veranstaltung austauschen. Das Positive ist, dass wir sehr, sehr viel mehr Menschen erreichen. Herr Lehmann, Sie haben das eben angesprochen, es sind deutlich auch mehr interessierte Zuhörerinnen und Zuhörerbeteiligte jetzt auch außerhalb der Europäischen Union dabei. Und das ist natürlich eine Riesenchance für dieses Thema, für diese ganze Veranstaltung. Und von daher wird es auf jeden Fall insgesamt für uns alle jetzt heute ein spannender Abend sein. Es geht um das Thema integrative Medizin und es geht um das Thema integrative Medizin in Verbindung mit Onkologie. Und das, was ja immer wieder wichtig ist zu betonen bei der integrativen Medizin, ist ja, dass die integrative Medizin sozusagen ein Sammelbegriff ist, ein Zusammenschluss der unterschiedlichen Heilmethoden ist jenseits der Schulmedizin. Und ein Bereich davon ist eben die anthroposophische Medizin, aber es ist eben nicht der einzige Bereich, sondern es gehören auch noch ganz viele andere Bereiche. Es gehört auch die Naturmedizin dazu. Es gehört der Mind-Body-Ansatz dazu und viele andere Bereiche auch. Und das alles wird gebündelt unter dem Sammelbegriff integrative Medizin. Und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist in der Diskussion, auch darauf hinzuweisen, dass das das Besondere ist. Das ist der Charme, das eben nicht eine sehr enge Ausrichtung ist, sondern eben sehr, sehr facettenreich. Wir stellen immer wieder fest und deswegen war es auch wichtig, dass wir die Förderung der integrativen Medizin in den Koalitionsvertrag 2016 auch reingeschrieben haben. Das ist der Wunsch der Bevölkerung, gerade auch hier in Baden-Württemberg ist, dass wir als Politik diesen Ansatz, diesen ergänzenden therapeutischen Ansatz in der Medizin auch zur Verfügung stellen. Und das eine ist, das eben zur Verfügung zu stellen. Das andere ist aber eben auch dafür zu sorgen, dass halt integrative Medizin insgesamt und diese ganzen Facetten der integrativen Medizin erforscht werden, dass sie weitergegeben werden in der Lehre und dass sie aber eben auch praktisch angewendet werden. Und das ist uns in den letzten vier Jahren gelungen. Wir haben erst mal im Rahmen des Gesundheitsdialogs Baden-Württemberg die Befragung gemacht, was möchten die Bürgerinnen und Bürger, wie wir uns die medizinische Versorgung insgesamt in der Zukunft oder wie wir die anbieten sollen, wie sie sie sich wünschen. Und da hat der Anspruch der Bevölkerung war ein ganz klar formulierter, dass die integrative Medizin einen festen Stellenwert haben soll. Und deswegen ist unsere Initiative eben auch genau die, dafür zu sorgen, dass genau das auch umgesetzt werden soll. Und ganz besonders in Verbindung mit der onkologischen Therapie stellt sich immer wieder raus, dass es der Wunsch der betroffenen Patientinnen und Patienten ist, gerade dann, wenn sie die Krebsdiagnose haben, dass sie dann eben halt auch danach fragen, welche Möglichkeiten können wir denn noch anwenden, um die eigenen Selbstheilungskräfte auch zu aktivieren und eben auch ergänzend zu schulmedizinischen Therapieformen eben auch noch eigenständige Möglichkeiten zu suchen und anzuwenden, um auch selber sozusagen diesen Heilungsprozess auch voranzubringen. Und das ist, muss ich wirklich sagen, immer wieder überzeugend für mich oder auch besonders für mich, dass die integrative Medizin in ihrem Facettenreichtum da wirklich auch ein sehr, sehr gutes Angebot ist und eben die Menschen dort abholt, wo sie halt sind, sie als Ganzes begreift mit ihrer Haltung, mit ihrem Wertekodex und auf diese Weise halt passgenaue Therapiemöglichkeiten eben auch entwickeln kann. Wir haben ganz viele Angebote mittlerweile in Baden-Württemberg. Wir haben das Robert-Bosch-Klinikum, wir haben die Universität Tübingen, wir haben verschiedene Netzwerke und dazu möchte ich jetzt nochmal eben kurz kommen. Herr Lehmann hat das gerade schon ausgeführt. Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass es eine Professur für integrative Medizin geben soll, die erstmal als Stiftungsprofessur ausgelegt wird. Die Robert-Bosch-Stiftung wird die nächsten fünf Jahre die Finanzierung dieser Professur übernehmen. Die Ausschreibung läuft gerade. Es war ein etwas langwieriger Prozess, um dann tatsächlich auch eine gute Ausschreibung hinzubekommen. Jetzt ist es soweit, dass die Stelle ausgeschrieben ist. Das heißt, möglicherweise gibt es ja die ein oder andere interessierte Person jetzt auch hier in dieser Veranstaltung, die sich das nochmal anschauen möchte, die Bewerbung sich anschauen möchte. Es geplant ist, dass diese Professur eine Stiftungsprofessur über fünf Jahre ist, dass anschließend eine Evaluation gemacht werden soll über die Wirksamkeit der Professur und dass dann bei einem positiven Ergebnis das Land Baden-Württemberg in der Regelfinanzierung verstetigt, diese Professur eben auch weiter zu finanzieren. Und damit ist dann Baden-Württemberg tatsächlich das erste Bundesland in Deutschland, das eine ordentliche Professur im Bereich integrativer Medizin haben wird. Und das wäre ein wirklich sehr, sehr gutes Signal für das Thema Forschung und Wissenschaft und aber eben auch die Lehre. Weil der Sinn dieser Professur ist in der Tat, die Forschung in der integrativen Medizin voranzubringen und aber eben auch die praktische Anwendung tatsächlich zu koordinieren. Das heißt, das Robert-Bosch-Krankenhaus ist da eben auch als Ort der Lehre auch stark involviert. Wir haben zwei sehr gute Netzwerke zusätzlich und da bin ich Herrn Dr. Breitkreuz sehr dankbar dafür, dass er es initiiert hat, dieses Netzwerk Komplementär-Netzwerk Integrative Medizin ins Leben gerufen zu haben. Und ich bin wirklich sehr, mache es sehr gerne, dass mir die Schirmherrschaft angetragen worden ist. Dieses Netzwerk arbeitet seit vier Jahren sehr, sehr erfolgreich. Ist gegründet worden eben von Dr. Breitkreuz und einigen anderen engagierten Ärztinnen und Ärzten mit dem Ziel, die Anwendung der integrativen Heilmethoden, der unterschiedlichen integrativen Heilmethoden, eben auch bekannt zu machen, auszutauschen, die Erfahrung auszutauschen und auf diese Weise sich sozusagen auch vorzubilden unter den Kliniken insgesamt. Und mittlerweile ist es so, das wird Herr Breitkreuz sicherlich gleich noch ausführen, dass es ein sehr erfolgreich arbeitendes Netzwerk ist mit, ich glaube, mittlerweile 14 oder 15 Kliniken, die daran beteiligt sind. Und das finde ich in der kurzen Zeit wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das bedeutet, dass die integrative Medizin, die unterschiedlichen Formen der integrativen Medizin in die Fläche reingetragen werden. Und das finde ich ganz entscheidend, dass es eben keine Nischenmedizin ist, sondern dass es eben eine Medizin ist, eine Medizinrichtung ist, die halt breit aufgestellt ist, die für alle, für die Bevölkerung insgesamt auch zur Verfügung gestellt werden soll und wird. Und das ist auch unser Ansatz, den wir verfolgen. Das andere Netzwerk ist dieses Netzwerk, das heißt AXIM. Da werden die vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg sind vernetzt im Bereich Wissenschaft und Forschung, um auch dort auf diesem Gebiet den Austausch integrativer Medizin und Heilformen insgesamt auszutauschen und sich auf diese Weise zu vernetzen. Mit diesem Dreiklang, also der Anwendung, der praktischen Anwendung und Wissenschaft und Forschung, sind wir sehr gut aufgestellt in Baden-Württemberg. Und wir haben eben jetzt auch mit dem Gesundheitsstandort Baden-Württemberg auch noch mal einen besonderen Ansatz gefunden, der diese drei Komponenten auch zusammenbündelt mit dem Ziel, da auch ein deutliches Stück weiter zu kommen. Also von daher bin ich jetzt sehr gespannt auf die unterschiedlichen Vorträge, die jetzt auch noch kommen werden, auf die unterschiedlichen Ansätze, die jetzt hier auch noch diskutiert und formuliert werden und wünsche insgesamt dieser Veranstaltung ein richtig gutes Gelingen. Herzlichen Dank.